Das ist Herr Meier von Elektromeier. Er braucht unbedingt eine Schaltanlage für ein Einfamilienhaus, an dem er gerade arbeitet. Er weiß aber nicht, wie er so schnell eine bekommen kann. Und die dafür nötige Manpower hat Herr Meier auch nicht. Kein Problem, denn genau dafür gibt es jetzt die Schaltplan GmbH. Als Hersteller im Bereich Schaltanlagen für Handwerk und Industrie sind wir dein Ansprechpartner bei allen Fragen rund um den Schaltanlagenbau. Wir sind ein kleines Unternehmen, das 2015 gegründet wurde und auf Expansionskurs ist. Derzeit haben wir acht junge und dynamische Mitarbeiter mit Sitz im schönen Münster, darunter Auszubildende. Unsere Kernkompetenzen liegen im Bereich Niederspannung, Automatisierung und Engineering. Wir produzieren für klein und groß, von einem Einfamilienhausverteiler bis hin zur großen Niederspannungshauptverteilung mit bis zu 3200 Ampere. Mit uns wird der ganze Vorgang denkbar einfach. Der Kunde, in diesem Fall Herr Meier, kommt mit einer groben Beschreibung seines Bauvorhabens auf uns zu. Wir erstellen dann ein Angebot und unterstützen ihn bei der Umsetzung. Wir projektieren und stellen die individuelle Schaltanlage her und liefern sie Herrn Meier direkt zur Baustelle. Qualität und Flexibilität werden bei uns groß geschrieben. Dazu geben wir unser Schaltplanversprechen, die Einhaltung der aktuellen Normung, die termingerechte Lieferung der Anlagen, eine schnelle Reaktionszeit auf alle Anliegen, einen 365-Tage-Service, eine persönliche Beratung, rasch und unkompliziert und eine Zufriedenheitsgarantie. Denn die Anliegen unserer Kunden haben für uns stets oberste Priorität. Schaltplan. Immer zur Stelle, wenn eine Schaltanlage gebraucht wird. Untertitelung des ZDF, 2020